An deiner Seite Kapitel 5 Also, wohin? fragte Draco. Vertraust du mir? fragte Harry unvermittelt. Äh, sicher, sagte Draco. Gut, wir apparieren, aber es ist etwas weiter, also könnte es sein, dass dir schlecht wird. Kein Problem, sagte Draco lächelnd. Harry nickte, legte eine Hand auf Dracos Schulter und besann sich dann aber und nahm dessen Hand in seine. Ehe dieser überhaupt wusste, wie ihm geschah, waren sie verschwunden. Er war bisher nur selten in den Genuss von Long Distance apparieren gekommen. Er selber beherrschte es nur leidlich und oftmals war ein Portschüssel wesentlich komfortabler. Ihm war leicht übel und er schloss die Augen, damit der Schwindel sich legte. Es rauch nach Salz und Meer. Langsam öffnete er die Augen und nun sah und hörte er das Meer, welches sich vor ihnen ausbreitete. Gischt schlug an Felsen hoch und graue Wolken hingen über dem Ort. Sie standen mitten an einem menschenleeren Strand. Wo, wo sind wir? wollte Draco überrascht wissen. In Hale, an der Südspitze von England, erklärte Harry. Warum hier? Ich mag den Ort. Wir hatten hier mal einen Einsatz. Und seither komme ich immer mal wieder hierher, wenn ich Ruhe brauche. Gehen wir ein Stück? Fragte Harry und erst jetzt merkte Draco, dass der andere noch immer seine Hand hielt. Schnell ließ Harry los und sofort fehlte Draco das Gefühl. Klar, sagte er verlegen und so liefen sie eine Weile schweigend am Strand entlang. Niemand war hier. Nur die Schreie der Möwen durchbrachen das Rauschen des Meeres. Wetzen wir uns? Sagte Harry irgendwann, als sie an einem großen, angeschwemmten Holzstamm vorbeikamen. Weißt du, wo ich geschlafen habe, bis ich elf wurde? Fragte er dann vollkommen unvermittelt, als sie saßen. Zögern schüttelte Draco den Kopf. In einem Schrank, unter einer Treppe. Gerade groß genug, damit ich liegen konnte. Eine Matratze, ein Regal, mehr nicht. Begann Harry zu erzählen, ohne den Blick vom Wasser zu wenden. Draco sagte nichts und stünde etwas näher an den anderen. Meine Verwandten wollten mich nie haben. Sie nahmen mich auf, weil sie Angst vor Dumbledore hatten. Ich bekam keine Liebe, keine Geborgenheit. Ich trug die alten Sachen meines Cousins und machte die Hausarbeit. Hin und wieder schlugen sie auch zu, aber meist nicht so schlimm. Was es hieß, Freunde oder so etwas wie eine Familie zu haben, lernte ich erst in Hogwarts. Trotzdem musste ich jedes Jahr zurück und weißt du, was das Schlimmste war? Harry sah mit traurigen Augen zu Draco und dieser schüttelte wieder stumm den Kopf. Ich konnte mich nicht wehren. In all den Jahren nicht. Ich habe ihnen am Ende nie die Meinung gesagt. Als ich 17 wurde, flohen sie vor Voldemort. Sie kehrten später zurück, aber ich tat es nicht. Manchmal denke ich, dass das einfach sehr feige von mir ist. Aber so ist es eben. Schloss er. Draco wusste im ersten Moment nicht, was er sagen sollte. Nie hätte er gedacht, dass Harry so aufgewachsen war. Er dachte immer, dass dieser von seinen Verwandten auf Händen getragen wurde. Doch nun verstand auch er, warum sie als Kinder ganz am Anfang aneinandergeraten waren. Vorsichtig streckte er die Hand aus und berührte Harry am Unterarm. Dieser sah nun wieder zu ihm. Das war der Grund, warum du damals meine Freundschaft abgelehnt hast, oder? Ich hatte Ron beleidigt. Den ersten Freund, den du je hattest. Ja, wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, damals, als wir uns in der Winkelgasse das erste Mal trafen, da fand ich dich echt in Ordnung. Okay, vielleicht etwas arrogant, aber nett. Wir hätten sicher Freunde werden können. Aber was soll's. Dann sind wir es eben jetzt, sagte Harry lächelnd. Sind wir das? Freunde? Wollte Draco wissen. Irritiert nickte Harry. Na klar. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Ich hab' das hier noch nicht mal Ron und Termini gezeigt. Wirklich? Nun bin ich geschmeichelt. Sag mal, wissen die beiden das mit deinen Verwandten? Harry sah wieder aufs Meer und seufzte. Nein, nicht alles. Sie wissen, dass es mir da nicht deutlich gefallen hat. Und dass ich keinen Kontakt mehr zu ihnen habe, aber mehr nicht. Nichts vom Schrank, von der Hausarbeit oder den Schlägen. Nein, sagte er. Warum hast du es mir erzählt? Wieder mannte Harry den Blick Draco zu. Ich weiß nicht. Du warst ehrlich und ich dachte, ich sollte es auch sein. Ja, aber du warst heute auch schon mehr als nur ehrlich zu mir. Sagte Draco und Harry sahen in die stummgrauen Augen. Seine Haut kribbelte und er löste sich schnell vom Blick des anderen und stand auf. Ähm, es wird langsam echt kalt. Lass uns gehen, okay? fragte er dann etwas fahrig. Draco stand auf und nickte. Ja, aber danke, dass du mich hergebracht hast. Wie jederzeit wieder. Bereit? fragte Harry und streckte die Hand aus. Draco schluckte schweren Griff nach der erstaunlich warmen Hand des anderen. Bereit, sagte er und schon waren sie verschwunden. Als Draco am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich wirklich gut. Das erste Mal seit langer Zeit konnte er behaupten, wirklich glücklich zu sein. Harrys Nähe beruhigte ihn, gab ihm Halt und Sicherheit. Das Gefühl von Geborgenheit war so präsent wie noch nie. Und das, obwohl er noch keine fünf Tage hier lebte. Dass Harry schwul war, machte es vielleicht auch etwas einfacher. Sie verstanden den anderen und doch blieb auch dieses Gefühl der Unsicherheit. Draco war sich inzwischen sehr sicher, dass er sich in Harry verliebt hatte. Und er konnte nicht sagen, wann dieses Gefühl in Liebeskummer umschlagen würde. Denn sobald es soweit kam, musste er hier weg. Und daran wollte und konnte er noch nicht denken. Seufzen stand er auf und ging schnell ins Bad. Er die Treppe nach unten nahm und in die Küche trat. Harry war offenbar nicht da, aber auf dem Tisch stand eine Kanne Kaffee. Einen Zettel fand Draco diesmal nicht. Er wollte gerade unruhig werden, da hörte er die Eingangstür und nur Momente später stand Harry in der Küche. Beinahe hätte Draco angefangen zu sabbern. Harry sah unglaublich gut aus. Er trug eine kurze Sporthose und darüber ein T-Shirt mit einer lockeren Jacke. Das Shirt klebte an seinem Oberkörper und man konnte das Sixpack des Auroren deutlich erkennen. Die dunklen Haare wischte er sich gerade aus der schweißnaschen Stirn. Wenn Draco nicht aufpasste, dann müsste er gleich einiges erklären. Schnell zog er seinen großen Hoodie etwas weiter nach unten. »Morgen, und du bist schon auf?« fragte Harry und zog die Turnschuhe aus. »Äh, ja, also ich war schon wach und...« stotterte Draco wenig souverän. »Okay. Na dann, wie wär's, wenn du schon mal den Tisch steckst? Ich spring schnell unter die Dusche und komm dann.« Fragen sah Harry zu Draco, der sofort nickte. »Klar«, sagte er. »Gut, ich beeil mich«, sagte Harry und verschwand. Draco atmete tief durch. »Verräter«, knurrte er mit Blick auf seinen Schritt und versuchte schnell, an etwas sehr Unerotisches zu denken, ehe er sich daran machte, das Frühstück vorzubereiten. Zehn Minuten später stand Harry wieder in der Küche. Er trug Shirt und Jogginghose und rubbelte sich gerade seine noch nassen Haare trocken. »Wow, du bist ja schnell. Ich hätte doch geholfen«, sagte er, als er das bereits fertige Frühstück sah. »Ach, Quatsch, Eier, Toast und Speck bekomme ich auch alleine hin«, sagte Draco verlegen und setzte sich dann genau wie Harry an den Tisch. »Schmeckt super. Magst du kochen?« wollte dieser nach einer Weile wissen. »Ja, irgendwie schon, aber nicht als Beruf, wenn du das meinst.« »Wie willst du denn weitermachen?« fragte Harry nach einigen Augenblicken zögernd. »Hm, ich weiß nicht. Kellner ist nett, aber nichts fürs Leben. Keine Ahnung, vielleicht mache ich das noch ein Jahr zusammen mit dem Putzjob und dann versuche ich es nochmal mit einer Ausbildung als Heiler oder eben was anderes, was sich eh immer gibt«, sagte Draco achselzuckend. »Wie ist es, so Aura zu sein?« fragte er dann unvermittelt und sah zu Harry. »Oh, ja, es ist spannend, aber auch furchtbar bürokratisch. Wenn du mich so fragst, weiß ich nicht, ob ich das mache, bis ich alt bin. Aber im Moment ist es genau das Richtige.« »Verstehe. Na, ich denke, dass du ziemlich gut bist in dem, was du machst«, sagte Draco und ein kleines Lächeln huscht über sein Gesicht. »Wie kommst du darauf?« »Na ja, du bist gerade 22 und hast ein eigenes kleines Team und... also dein Beschützerinstinkt ist ziemlich ausgeprägt«, sagte Draco etwas verlegen, als er daran dachte, wie Harry sich Jeff vorgenommen hatte. »Ja, das war ja wohl schon immer.« »Seltsam, nicht wahr?« sagte Harry nachdenklich. »Warum seltsam? Ich meine, bis du elf wurdest, hattest du nie jemanden, der dich beschützt hat. Du hast es nur verständlich, dass du alles tust, um anderen dein Schicksal zu ersparen«, sagte Draco. Harry legte den Kopf schief und betrachtete sein Gegenüber. »Was?« fragte dieser verwirrt. »Nichts, ich dachte nur gerade, dass ich dich für unterschätzt habe«, sagte Harry. »Wie meinst du das?« fragte Draco. »Ach, egal. Ich hab ne Idee, warte kurz«, sagte Harry dann, sprang auf, und ehe Draco etwas sagen konnte, war der andere aus der Küche verschwunden. Harry ging ins Wohnzimmer und atmete tief durch. Er musste einen klaren Kopf bekommen. Es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte er sich ja den anderen zu sich gezogen und geküsst. Wie konnte das alles so schnell geschehen? Wann hatte er sich in Draco verliebt? War es erst, seit er wieder in seinem Leben war oder schon viel früher? Kopfschüttelnd trat er an den Schrank im Wohnzimmer und holte die alte Kiste, die dort standen, vom oberen Regal. Dann ging er wieder zu Draco in die Küche. Dieser hatte inzwischen den Tisch abgeräumt. Harry stellte den Karton auf den Tisch und Draco trat näher. »Was ist darin?«, fragte er. »Mach sie auf«, sagte Harry lächelnd. Mit einer hochgezogenen Augenbraue sah Draco den anderen an, tat dann aber wie ihm geheißen. Er hob den Deckel ab und sah verwirrt zu Harry. »Fotos?«, fragte er und der Auro nickte. In der Kiste lagen hunderte Fotos und alle schienen aus Hogwarts zu sein. Draco griff nach einem, auf welchem ein paar Gryffindor am Tisch saßen und offenbar Hausaufgaben machten. Einer der Jungen schüttelte genervt den Kopf. »Woher? Also wer hat die gemacht?«, fragte Draco und nahm ein weiteres Foto, auf welchem der vielleicht 15-jährige Harry neben Ron Termine in der großen Halle stand. »Colin«, sagte Harry und die Traurigkeit in seiner Stimme ließ Draco aufsehen. Er schluckte schwer. »Colin Grevy war in der Schlacht um Hogwarts gefallen, mit gerade 16 Jahren.« »Oh«, sagte Draco und legte das Foto zurück in die Kiste. »Seine Mutter hat mir den Karton geschenkt, damals auf der Beerdigung. Sie meinte, Colin hätte es so gewollt.«, erklärte Harry. »Du warst auf der Beerdigung?«, fragte Draco. »Ich war auf jeder Beerdigung«, sagte Harry bitter und nahm ein Foto heraus, was er lange nicht mehr angesehen hatte. »Hier, das ist doch ganz gut«, sagte er und reichte es lächelnd an Draco. Dieser nahm es und starrte unglaublich auf die Szene. Dieses Foto konnte unmöglich von Colin gemacht worden sein. Es zeigte Draco und Harry, wie sie sich kurz umarmten. Es war aus dem letzten Schwujahr, kurz vor ihrem Abschluss. Draco konnte sich nicht erinnern, dass sie sich umarmt hatten. »Ja, ich hatte es auch vergessen«, sagte Harry lächelnd. »Wer hat das gemacht?«, wollte Draco wissen. »Dennis, Collins Bruder. Er hat es mir am Tag unserer Abreise gegeben. Du siehst, ich habe dich schon lange verziehen und ich hoffe, du mir auch«, sagte Harry, überraschte Draco wieder zu ihm. »Was soll ich dir verzeihen?«, fragte er. »Das«, sagte Harry und strich einmal kurz über die kaum noch sichtbare, feine weiße Narbe am Unterarm des anderen. Draco bekam eine Gänsehaut und schüttelte den Kopf. »Nein, nein, schon gut. Ich hatte es verdient.« »Das stimmt nicht. Ich war dumm, sehr dumm. Denn wenn Snape nicht da gewesen wäre, dann... es tut mir wirklich leid«, sagte Harry schnell. »Hey, das ist Vergangenheit. Man sieht die Narbe ja kaum noch«, sagte Draco und wollte das Foto zurücklegen, aber Harry hielt ihn auf. »Nein, nimm es. Ich schenke es dir«, sagte er. »Aber...« »Nein, Draco, nimm es bitte«, sagte Harry dann und Draco nickte. »Na schön, wie sieht es aus? Gehst du wirklich heute noch arbeiten?«, wechselte Harry dann das Thema. »Ähm, ja, ich muss. Aber das geht schon«, sagte Draco. »Okay, dann... darf ich was machen?«, fragte Harry. »Ähm, ja, was? Gib mir mal dein Handgelenk«, war der Aura und ohne darüber nachzudenken, streckte Draco ihm die Hand entgegen. Harry nahm seinen Zauberstab und berührte das Handgelenk kurz. Es kribbelte kurz und nun konnte man eine feine, schwarze Linie erkennen, die sich wie ein Armband um die Hand schlang. »Was ist das?«, fragte Draco und drehte seine Hand. »Ein Überwachungszauber.« »Wir nutzen ihn, wenn wir auf gefährlichen Einsätzen sind. Sieh, ich habe das Gegenstück um die Hand«, erklärte Harry und zeigte den Strich, der sich nun auch um seine Hand schlang. »Was... was tut er?«, wollte Draco wissen. »Wenn du in Gefahr bist, dann wird es heiß und verfärbt sich rot«, sagte Harry. Fasziniert starrte Draco auf die Linie. »Aber... mir wird nichts passieren und Jeff ist weg«, sagte er und sah wieder zu Harry. »Trotzdem, bitte tu es, okay?« war dieser. »Okay, danke«, sagte Draco und strich ein letztes Mal über den Zauber. »Also, ich gehe dann«, sagte Draco kurz vor vier, als er ins Wohnzimmer kam. Sie hatten den restlichen Tag damit verbracht, Collins Fotos zu sortieren und in Alben zu kleben. Harry wollte das schon lange machen, aber es war immer zu schmerzhaft gewesen. Jetzt mit Draco zusammen fiel es ihm wesentlich leichter. »Ähm, ja klar, mach nur. Wann kommst du zurück?«, fragte Harry dann und schlug sich innerlich gegen die Stirn für diesen Satz. »So wie die anderen Tage, denke ich. Sonntags ist recht ruhig«, sagte Draco lächelnd und knöpft seinen Mantel zu. »Gut, dann also, pass auf dich auf«, sagte Harry. »Mach ich, bis später«, sagte Draco und verschwand. Sonst stand Harry auf und räumte die Fotos weg. Die Zeit verging quälend langsam. Es war bereits nach acht, als Harry es nicht mehr aushielt. Er musste hier raus. Er konnte jetzt nicht einfach hier sitzen und warten, dass Draco wiederkam. Er wusste, dass Ron heute Inventur hatte, aber Hermine wäre sicher da. Er griff nach seinem Mantel und verließ das Haus. »Harry«, Hermine sah ihren besten Freund überrascht an. »He, hast du Zeit für mich?«, fragte dieser verlegen. »Klar, komm doch rein, aber Ron ist nicht da«, sagte Hermine und ließ Harry in die Wohnung. »Ich weiß, aber ich wollte ohnehin mit dir sprechen«, sagte dieser und legte den Mantel ab. »Gut, dann komm. Tee?« »Ja, gerne«, sagte Harry und folgte Hermine ins Wohnzimmer. Mit dem Schwenk ihres Zauberstabes rief sie die Teekanne auf und eine zweite Tasse. »Setz dich, sorry, wegen der Unordnung«, sagte sie schnell und räumte einige Akten auf die Seite. »Arbeitest du an einem Sonntag?«, wollte Harry wissen und setzte sich in einen Sessel. »Nur ein wenig. Ein paar Patientenakten muss ich noch aufarbeiten. Aber das macht mir ja auch Spaß«, sagte Hermine lächelnd. »Ja, das glaube ich dir«, sagte Harry und grinste. »Also, wie läuft es mit Draco? Deswegen bist du doch sicher hier, oder?«, fragte Hermine nun. Harry nickte und rieb sich den Nacken. »Ähm, es ist etwas passiert«, sagte er zögernd. »Oh, Harry, ich dachte, du wolltest das nicht machen«, sagte Hermine und lächelte, aber sah sofort im Gesicht von Harry, dass es etwas Ernstes war. »Nein, das haben wir nicht. Also«, in einigen Sätzen erzählte er von der versuchten Vergewaltigung und auch davon, dass Draco schwul war und warum er von seinen Eltern rausgeworfen worden war. »Hm, wie geht es ihm?«, fragte Hermine, als Harry fertig war. »Er sagt, gut, aber ich sehe, dass es nicht so ist. Das, was dieser Jeff gemacht hat, das ist das eine. Aber das ist noch etwas anderes, etwas, was ich nicht greifen kann. Er wirkt niedergeschlagen, selbst wenn er lächelt. Als ich ihn das erste Mal im Arm festgehalten habe, da hat er sich total versteift, keine Ahnung«, sagte Harry nachdenklich. »Ja, das ist seltsam, aber vielleicht setzt ihm einfach die ganze Situation zu. Er muss sich jetzt erst mal erden und das kann er bei dir sicher ganz gut. »Ja, kann sein. Aber ist es normal, dass ich mir plötzlich permanent um ihn Sorgen mache? Ich meine, es ist immer noch Draco Malfoy und früher war er mir total egal.« »Harry, du Spinnst! Er war dir nie egal. Im sechsten Jahr dachten wir, dass nicht mehr viel fehlt und wir erwischen euch knutschend in irgendeinem Schrank«, sagte Hermine und lachte. Irritiert sah Harry sie an. »Wer hat das gedacht? Und überhaupt, da ging es um etwas ganz anderes.« »Genie und ich. Du warst besessen von ihm.« »Ja, aber nur wegen der Todessersache. Und Ginny dachte das? Aber warum war sie dann mit mir zusammen?« Hermine zuckte mit den Schultern. »Harry, keine Ahnung. Sie liebte dich ja und am Ende dachte sie vielleicht, du seist Bee. Ist das jetzt wichtig?« »Nein, aber...« Harry seufzte und fuhr sich wieder durch die Haare. »Was ist es jetzt? Liebst du ihn?«, fragte Hermine, nachdem sie eine Zeit geschwiegen hatten. Harry sah auf und zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, aber... aber wahrscheinlich schon irgendwie...«, sagte er leise. »Ist das schlimm?«, wollte Hermine wissen. »Weiß ich nicht. Sicher nicht. Aber es ist schwer, ihn um mich zu haben, ohne es ihm sagen zu können.« »Sag es ihm, Hermine.« »Harry! Greco ist schwul und single. Also was hält dich ab?« »Ich will ihn nicht ausnutzen. Er soll nicht denken, dass er mir etwas schuldet.« »Hör mal, du sollst ihn ja nicht sofort ins Bett zehren. Aber es spricht irgendwas gegen eine... eine Beziehung?«, fragte Hermine sacht. »Meinst du, das würde gut gehen?« »Draco Malfoy und ich...« »Warum nicht?« »Du sorgst dich um ihn, und das nicht erst seit dieser Sache.« »Er ist bei dir geblieben. Er hat den Überwachungszauber akzeptiert, und er war dir nicht böse, dass du diesen Jeff rund gemacht hast.« »Glaub mir, Schatz, er mag dich. Sehr sogar. Das weiß ich, und vielleicht ist er genau das, was du brauchst. Und du, was er braucht?«, sagte Hermine lächelnd. Harry schwieg eine Weile, dann nickte er. »Ron wird es nicht verstehen,« sagte er dann. »Wenn das deine einzige Sorge ist, dann lass mich das machen. Ron wird es verstehen, denn er ist dein bester Freund, und ich bringe es ihm schon bei,« sagte Hermine. Harry nickte lächelnd. »Sicher, also werde ich es ihm wohl sagen, und hoffen, dass er nicht schreiend aus dem Haus rennt,« sagte er dann. »Wird er nicht,« sagte Hermine. Plötzlich zuckte Harry heftig zusammen. Er starrte auf sein Handgelenk. Die Linie war feuerrot und heiß. Er sprang auf. »Was ist?«, fragte Hermine. »Draco, irgendwas ist passiert,« sagte er und griff nach seinem Mantel. »Ich melde mich,« sagte er noch, »dann war er schon desappariert.« »Daheridd kendi claroС fra decirte her, »dann war er schon immer noch, nein«, »icher reshire », ich bin froh!? »… »